Yo, Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Mathendo. Ihr seht richtig Undertale und wir sind auf der Trash Zone, beziehungsweise auf Deutsch übersetzt auf der Müllhalde. Nachdem wir dort das letzte Mal stehen geblieben sind, geht es nun weiter und untersuchen das mal. Okay, ich zack das übrigens auch mit diesem Controller hier. Was war das? Lol, was war das? Ah ja! I beat up desktop computer. The inside is empty. Ah ja! It's a cooler. It has no brand. And shows no sign of weir. Inside a couple of freeze dried space food bars. Take one? Na klar, immer doch! Nice, ich hab Astronautenfutter. It's a DVD case. It's a DVD case. For an anime. For an anime. Anime, mein ich LAL. Desperate claw marks. Cover the edges. Ah ja! Ah ja! Ah ja! Wer haben wir denn da? Seems like a regular training dummy. Do you want to beat it up? Do you want to beat it up? Ja man! You punch the dummy at full force. Feels good. Ah ja! Ah ja! Ah ja, wer kommt denn da an? Sorry. So. Sorry, Alter. Ich musste gerade übel deswegen lachen. Jawoll, Alter! You destroyed their home. As ghosts spend our whole lives looking for a proper vessel. Zu 1000% falsch ausgesprochen. Slowly, slowly, we grow closer to our new bodies. Until one day, we today become corporeal beings. Being able to laugh, love, and dance like any other. But you! My cousin's future. You took it all away. Was ist das? Alles klar. Human! Human! I hope you're not too... Attached... To your body. Because your soul... Souls meine ich. About to get... Ev... Evicted. Bl 상태! No... Keine Verfickter,hole! Dass sieht einfach so zusammen geklebt aus. Das sieht so richtig zusammen geklebt aus! What the fuck! Ja is klar! Jamal! Noch nicht, noch nicht, noch nicht! Ich nehm' dein Attack beimس. Interessiert auch jetzt jeden, ja. Tschüss. Die Musik war gerade fucking laut. Hab ich gemerkt. Hey, you. Forget I say anything about magic. Magic interessiert mich nicht. Tut mir leid. Bustard. Och, hau doch ab mit der Scheiße. Nein. Ah ja. Nein, 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 nein. Boots. Mad Dummy. Ja, der sieht schon so mad aus, Alter. Übertreib halt. Übertreib halt komplett. Deine fucking Lage. Ah, er taumelt schon. Oh, schüch. Wie viele das wären. What the fuck. Was ist das? What the fuck, man. Vor allem, wie viele HP hat der verfickte Scheiße? Das ist doch abnormal, wie viele HP der hat. Oh, schüch. Oh, schüch. Kannst du jetzt bitte mal sterben? Ah ja. Äh. Probier ich's mal damit. Check. Ah ja. Mach ich nochmal ein Act. Das passt schon. Jetzt hab ich's so für Items. So, jetzt hab ich mich erstmal... mit diesem Handschuh, äh, bewaffnet. Was? Was? Warum soll ich Z drücken? Ah ja. Hm. Ich spiel mit Controller und soll jetzt auf der Tastatur Z drücken. Ist klar. Ich hab doch Z gedrückt. Was soll das? Was ist das? What the fuck? Was ist das für ein Bullshit? Oh, was ist das für ein Bullshit? Oh, was ist das für ein Bullshit? Ah, das ist für ein Bullshit. Alles klar, okay. Ja, komm hier lang. Ja. übertreibt what the fuck man ich glaube jetzt weiß ich warum bei selber master mal ein ganzer part um dieses um diesen um diese müllhalde ging ich glaube jetzt weiß ich warum axel voss das sind alles bots nein boots auch für fickt Überträmmp! Ey, was ein Bullshit. So eine dreckige Scheiße. Scheiße, ich jetzt auf dieses Drecksvieh. Ah ja, ist klar. Ich muss diesen Fotzen so trotzdem besiegen, Alter. Halt doch dein Maul, jetzt lass mich vorbei, du Fotze. Das interessiert mich den Scheiß. Ich hab deren Zuhause zurecht kaputt gemacht. Ein kleines dreckiges Bastardvieh. Tough glove. Ja moin, ist klar. Mhm, mhm. Aha ja. Ich nehm mal das Toy Life. Ich kann mal das Spielzeugmesser nehmen, Alter. Okay, ja, es macht wenig Sinn, den irgendwie so irgendwie zu schlagen oder so, weil... Ja. You've never heard me, ne? Steht da. Also... Ich muss den irgendwie anders zerlegen. Ich benutze deine Säul, um sie zu überstehen. Ich benutze deine Säul zu cross die Barriere. Aha. Ah ja. Ich bin besonders wenig. Was auch immer das dick macht. Gut, das war vielleicht nicht so schlau, das zu machen, aber vielleicht nicht ganz so schlau. Wieder nur einmal, Obisch, was soll die Kacke? Wieder nur einmal, was soll der Kacke? Warum treffe ich diesen Bastard nur einmal? Perfekt, so kann es weitergehen. Oh. Den hat es komplett gehittet. Was? Nein! Was macht die in Ice Cream? Oh, die hat mir 15 HP gemacht, ja gut. Das war eine gute Idee. Oh Junge. Oh Junge. Hey Gott. Oh. Oh, 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 oh. Ah ja genau. You're fired, genau. Genau. Jetzt kommen die Raketen-Bots zum Vorschein. Also jetzt treten die Raketen-Bots auf. Oh, fickt euch selber! Fuck yourself! Übertreib! BLEE! Was war das? Ey, ich kotze hier komplett ab. Ich kotze hier komplett ab. No joke. Äh. Ah ja. Ah, okay, der kann praktisch nur von seinen Dingen zerstört werden oder was? Nur von seinen eigenen Raketen praktisch oder was? Oder wie muss ich das jetzt verstehen? Oh, Junge! Was? I don't need... I've got knives. Ja, Junge. Übertreib. Ah ja. Was war das, Alter? Tschau. Ah ja. Du schon wieder? Was machst du denn schon wieder hier? Du kleine Hosenscheiße. Du kleiner Pisser, du. Okay. Have a nice day. Den hab ich, danke. Okay, ja, geh nach hause. So, you don't accidently follow me to my house. Alles klar. Ja, ich weiß, dass ich das nicht gerne will. Ah. Hey, hey, hey. Ach so, ja, ja, gut. Ah ja. North. Okay. Als ob. Jetzt bin ich bei der Ente. Äh, bei dieser... Ja, weißt schon. Aus dem letzten Part. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das bitte? Wie geil ist das bitte? Jetzt bin ich wieder hier. Ah ja. Ist da vielleicht irgendwas in der Tour drinne. Ne, ist nichts drinne. Was steht hier dran? Ah ja. Wer braucht bitte 21 versiedene Sorten, Alter? Loy. Ach so, das schon wieder. Ne, ich bin kein Star. Sorry. Okay. Gehen wir mal wieder rüber, ne? Ey, was eine geile Scheiße, Mann. Wat ne geile Scheiße. Ah ja. Oh nein. Oh mein, was? Nicht wieder so ein Scheiß-Dummy. Okay. Der Geist, der hat mir ja... Äh... ...gesagt, dass ich nicht seinem Haus folgen soll. Ich würde sagen, dass wir dem... Egal, auch wenn er uns gewarnt hat, wir gehen da dann im nächsten Part mal gucken. Also, schaltet gerne beim nächsten Part wieder ein. Ich beende hier an der Stelle diesen Part hier. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn er euch gefallen hat, gebt ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert doch die Glocke. Damit ihr den nächsten Part nicht mehr verpassen wollt. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Und wenn ihr allgemein auch die nächsten Videos nicht mehr verpassen wollt. Ich würde mich sehr freuen. Wäre eine nice Unterstützung. Okay. Mehr habe ich eigentlich gar nicht so zu sagen. Ähm, danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Haut rein. Wir sehen uns. Und... Ciao. Bis zum nächsten Mal.